ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem neuen Kanal GreenNikoTV. Hier euer neuer Moderator Jarl1. Gut, also heute spielen wir den Assault. Hier bin ich, der ARNX C75. Dabei haben wir den Captain Spark und den normalen Supporter. Den ich jetzt auch richtig geil finde eigentlich. Im Gegner-Team haben wir Supporter und Assault. Spiel auf der Karte Gun Mountains, die eigentlich richtig cool ist. Oh, hier, Commander Video. Das ist ein Cheststone. Okay, legen wir gleich mal los hier. Ja, wie spielt man am besten mit Assault? Ich würde am besten immer an der Front mitgehen. Natürlich immer mit dem Granatpfeffer. Oder mit der... Na, ey, mit dem Granatpfeffer, das finde ich besser. Halt. Angeisen. So, jetzt gleich mal hier loslegen. Es leckt ein bisschen wegen Fraps, tut mir leid. Ist halt so. Kann man halt nicht ändern. Kann ja auch, wie gesagt, man kann auch hier ein bisschen mal rüberschießen. Ist aber ganz nett hier. Da kann sich die Gegner immer schön. So, da ist schon der erste Supporter. Kriegen wir ihn? Ja. Vielleicht noch mal eine Bombe hier. Boom. Ah, da ist er wieder. Das Arschloch. Na, Manometer. Ja, okay. Ah, so in dem Fall hier Captain Sperger habe ich noch nie erlebt. Äh, es ist echt... Ähm, hier. Da muss man in die... Windows World in der Re... Genau, in die... Rekordebuch. Ah. Ich hab's heute nicht so gut. Auf jeden Fall werden auf meinem Kanal weitere Videos folgen. von Superman. Ich bekomme, äh, die Planet-Zeit. Oh, hab ich schon gestorben. Ja, wie in Planet-Zeit oder was weiß ich. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich spielen soll und so. Also so schwule Spiele wie Tanki Online oder Helle Ringe werde ich nicht spielen, weil... Es ist einfach nur armselig, wer sowas spielt. Mir gefällt halt sowas nicht. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich ne Konsole oder... ... mit was überhaupt zockt. Mit PC oder mit, ähm, Xbox oder... ... Nintendo oder was weiß ich. Wie... Schreibt mir einfach in die Kommentare. Freue ich mich immer schön.